Äh, voila, bauen ist eine undankbare Arbeit. Höhle. Ich gebe dir gleich Höhle. Irgendwas krepiert hier gerade über meinem Kopf. Dann ist es vermutlich gerade Sonnenaufgang und... Na? Äh, The Creeper. Ah, ich verbrenne! Komm her, ich hab ne Axt. Oh, ich muss wirklich jetzt eigentlich wieder hochkommen. Ich hab nur noch einen Rottenflash. Und dann warte ich kurz, bis die Vergiftung weg ist. Ein Schaf und ich hab keine Schere dabei. So ein Kack. Ich lasse mich von deiner Knuffigkeit nicht irritieren, Creeper. Knuffigkeit, was für ein Texture Pack hast du drin? Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Ich hab einfach ein bisschen rumgesucht und dann... Sieht ganz schön aus. Nehme ich. Passt. Läuft. Ach, ficken. Ich hab heute echt null Glück mit Höhlen. Ja, und das mit dem Ficken können wir später machen. Äh, no homo. Tut mir leid. Jesus. Yes. He's not gonna happen. Äh. Fuck. Ein Insect kann ich auch direkt als Färbemittel bin. Genau. Äh, ich hab keine Spitzhacken mehr. Ich bin so schlecht. Wenn du jetzt noch wüsste, wie ich hellgraue Wolle mache mit Bonemail, ne? Ja. Und wie mache ich dunkelgraue? Ähm. Das wusste ich mal, aber jetzt nicht mehr. Lass mich kurz überlegen. Also das ist jetzt... Hellgraue macht sie mit einem Ink-Sack und zwei Weiß. Das ist der Bonemail. Äh. Das normale Grau mit einem Schwarz und einem Bonemail. Light Grey? Achso, dann hab ich's ja schon. Hm, 17 Stück brauch ich auch. Ja, so viel Bonemail hab ich grad nicht dabei. Ja, Tour haben wir, glaub ich, 43 Knochen. Ja, hab ich schon gesehen. Hm. Äh, Bonemail. Mealtime. Mealtime. Ähm. Jetzt muss ich nur gucken, wie's noch... Hallo, Wasser. Halloween. Jetzt muss ich nur gucken, wie's noch mal zu deiner Treppe gegen den Himmel geht. Wo auch die Crafty-Table-Vie ist. Äh, pfff. Genau, aus Seiden. Unnötig, Digga. Ja, ich spamm schon wieder mein ganzes Inventar voll, ey. Voll der Spammer, ey. Ah, so mach ich mir Wolle. Hm. Das sieht mir doch nach der Stelle aus. Ja, da haben wir da eine Treppe ja empfunden. Ja, Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ja, Wunderbärchen. Ich möcht ein Glücksbärchen sein. Es wäre wunderbar, ein Glücksbärchen sein. Das wär das dann klar, ein Glücksbärchen sein. Genauso wie du. Die Augen, die ich einfach nicht singen kann. Ansichtssache. Besser als ich. Ja. Und ich allemal. Alter, ernsthaft? Ich war mir immer Gedanken, als ich mein Kram für die Höhle zusammengeholt hab. Ich hab kein Holz mit dabei gehabt. Ich hab nur eine Eisenspitzhacke dazu gemacht. Oh, 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 oh. Yes, eine rote Blume. I win. Ja, der letzte rote Block. Wir hatten doch nur noch einen Rottenflash. Das, was ich jetzt weggenommen hab. Das sieht hässlich aus. Ich hab irgendwie leichte Framedrops hier. Irgendwie Performance-Schwierigkeiten. Aber die sind noch sehr aushaltbar. Ich hab irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass es jetzt noch ein paar Minuten an mir funktioniert und dann jede Minute irgendwie, irgendwie, keine Ahnung. Ah, das ist Paranoia. Dafür läuft das einfach zu glatt, weißt du? Weißt du, Digga? Weißt du? Weiße Bescheid, Schätzelein. Ja, das sieht auch viel schöner aus, finde ich. Nur als das vergessen. Weiße Bescheid, Schätzelein. Laufen da noch Creeper draußen rum? Gut möglich. Ah, ich will mein Fenster endlich machen. Auf dem Hinweg hab ich keinen gesehen, aber beim Fenster war ich noch nicht. Ich such mir jetzt ne Höhle. Ach, ich vertraue einfach mal darauf, dass da keine mehr sind. Fehler, Fehler, Fehler. Ja, muss ich grad sagen. Diese offene Truhe irritiert mich ein wenig. Naja. Da, Spinn. Das hat natürlich die ganzen Sachen, die ich grad eingesammelt hab, unten in der Truhe gelassen. Dun dun dun. Oh, ey. Ah. Gott, hab ich mich erschrocken. Ich hab was explodieren hören. Ich bin so Brain-Afka. Ganz ruhig, kein Atmen. Weil ich einfach nur so ein Angsthase bin. Und so Getreide haben wir denn da oben? Wir haben ein Weed. Wow. Ja, weil ich grad alles abgeerntet hab. Und habt ihr das ganze Brot für euch behalten? Ja. Naja, jetzt muss ich... Ich hab noch sieben. Willst du noch was? Nee, dann brate ich mir jetzt die Porkchops. Die Porkchops. Die Porkchops. Wo kam der her? Ich war eben draußen und hab geguckt. Mann! Eine gesunde Paranoia ist in Ordnung in Minecraft. Nein. Eine gesunde Paranoia, sagte ich. Nein. Nun braten wir jetzt die Porkchops. Die Porkchops. Ich will nicht die Kommentare unter dem Video lesen. Ich aber. Oh ja, ich auch. Komm, Kerl, meine Pupsonenten sind lieb. Die haben dich auch lieb. Und wenn nicht, kriegt ihr von mir auf den Sack, ihr Pisser. Wolltest du schon ein W-Wort sagen? Nein, ich hab dein Lieblingswort gesagt. Lieblingswort? Pisser. Pisser ist aber nicht mein Lieblingswort. Wow, runter auf 4 FPS. Yeah. Chica Bambina, yes. Seeds, seeds. Ja. Chica Cane. An der anderen Seite könnte ich auch. Hm. Hm? Nee. Wo ist denn? Ja, ich hab grad was überlegt. Ach so. Oder mach ich das so? Nee, das geht ja gar nicht. Töp-töp-töp-töp-töp-töp-töp-töp-töp-töp. Böp-töp-töp. Hm. Ich hab immer die zwei Eisenspitzhacken unten aus der Tour, ne? Jo. Tu das. Hm. Und mein Eisenhelm ist immer noch nicht kaputt gegangen, mein genutzter, mein benutzter, mein, ja. Und wie wird das denn überhaupt aussehen? Okay, es wird nicht mehr die Hälfte des Dickens. Das wird sich scheiße anhören, sieht aber geil aus irgendwie. So. Also jetzt habe ich dann irgendwie die Angst, dass alle zwei Minuten was explodiert unter mir. Ja, wenn man den Boden so mit, äh, Druckplatten pflastert. Ah ja. Alter, was sind das für Framekotzer, ey? Sand, Gravel, Glas. Kotzwonders von Minecraft. Dirt. Genau, geht das eigentlich noch, wenn ich da was raufkotz, dass es ausgelöst wird? Oh, ich kann da gar nichts raufkotzen. So, das haben wir jetzt. Zwei Eisenspitzsacken. Nämlich noch meine Diamant mit. Meine Diamond Pickaxe. Hm. Und dann habe ich eigentlich alles, oder? Ne, dann komme ich da noch dran. Hm. So, dann baue ich mir die Cola-Fähre irgendwo ab. Dann gehe ich mal auf Erkundungstour, ob ich irgendwo eine Öle finde. Jo, tu das. Eine Öle, eine Biditöle für die noch, Erkundungstour. Oh, ich habe ja meine, äh, Kel, ist dein Fenster noch offen? Äh, nein, nicht mehr. Also gleich nicht mehr. Warte, lass mal Platz, dass ich raus kann. Ach, das sind ja die Teile, die man einsammeln kann. Ich will hier den Wald abholzen. Das geht langsam auch schon wieder Richtung Abend. Ja, klar. Das geht schon wieder Richtung Abend, ey. Oh, schon wieder? Das wird eine lustige Sucherei. Das wird Spaß machen. Somehow. Alter, wie ich gerade den Kopf verdreht habe, als ich hochgeguckt habe in Minecraft. Also, ich jetzt vor dem PC. Ich habe auch meinen Kopf mitgedreht. Das war saugruselig. Okay. Mach ich beim Zeichnen auch immer. Ich kann das Bild zwar drehen, aber irgendwie immer der Kopf schräg. Na super, es wird wieder Nacht und ich bin hier dabei, den Wald abzuholzen. Ist doch kacke. Ich habe einfach nicht vergessen, meine Musik wieder laufen zu lassen. Wow, das hatte ich auch gerade einen kleinen, leichten Frame-Kotzer gehabt. Frame-Kotzer. Der Sechstein liebt dich. Irgendwer hätte ich gerade Bock auf Kaum. Der Sechstein, er liebt dich. Apropos Sechstein, ich habe heute eine saugeile Serie gefunden. Spongebob? Spongebob-Hump-Pants. Ach, das. Ah, ja. Ich glaube, das kenne ich auch. Das ist so geil. Okay, ich gehe rein, sobald meine Axt kaputt ist. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie von irgendwas in die Luft gejagt zu werden. Alter, der Mond, der ist cool. Spongebob-Hump-Pants. Mh. Puh. Warum habe ich eine Glasscheibe dabei? Weil... Vielleicht hast du die, vielleicht hast du die von mir eingesammelt. Menno, ich habe doch noch gar nicht mit diesen Glasscheiben gearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh. Ich habe heute zum ersten Mal damit angefangen und die sind ganz cool eigentlich. Ja, das Gute ist, dass man sie neu setzen kann, aber... Ja, Geronimo! Indianer Häuptling! Sag nicht, mein Inventory ist voll. Okay, scheiß auf die Steine. Geht doch. Jetzt kann ich wenigstens mein komplette... Oh. Kuh, du hast mich erschrocken. Erschrecktet. Pass auf, die will dich umbringen. Erschrecktetetetetetetetetet. Jetzt kann ich wenigstens meine komplette Rüstung jetzt ansetzen, nachdem mein Eisenhelm kaputt gegangen ist. Ich bin ja meist kalt, wenn ich was Neues gebaut habe und das alte noch minimal Dings hat, dann schmeiße ich das einfach weg. Effizient nutzen bedeutet das. Ja. Effizient einfach mal über den Jordan schicken. Jo. Das Zimmer ist so gut wie fertig. Hallo, Skeletor. Hallo, Spinne. Tja, du kommst nicht durch mein Glasdach. Ich hab Kompost dabei, oder? Ja, hab ich gut. Was dabei? Kompost. Ich hab Kompost verstanden. Hä? Seit wann kann man hier Sachen... Stampost, Creeper. Wow! Danke. Komm her, du Zombie. One gegen one. Ja, dieses Fenster ist praktisch. Komm. Und die Spinne da oben nervt. Nom, nom, nom. Die hatte ich doch auch nur lieb. Alter, Skelett-Party. Zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Nur ein Skelett auf einen Haufen. Wunderschön, du kriegst keinen Keks. No. Aber warum denn, ey? Weil wir noch keine Kakaobohnen haben. Okay, das gibt's Sinn. That's makes sense. Ja. Ich find keine einzige verdammt verfluchte Höhle. Das find's doch nicht sein. So, konchst aber nicht weiter gainen.